all right everybody wir haben ein problem ein problem kann man nicht sagen im gegenteil wir wachsen wir freuen uns großer nachfrage und wir müssen halt mehr produzieren jetzt und dafür brauchen wir hilfe insbesondere in der produktion wir brauchen aber helfer in der produktion ihr müsst nichts können ihr müsst nicht das heißt nicht ihr müsst nicht nichts können ihr müsst von textilien nicht unbedingt etwas verstehen das ist kein problem alles was ihr braucht können wir euch beibringen wenn ihr bock habt euch zu verändern hier bei uns aber vor ort zu arbeiten vollzeit oder teilzeit da sind wir relativ flexibel wir haben einen mittagstisch hier wir haben tolles team wenn ihr bock darauf habt hier bei uns an einem geilen projekt mitzuarbeiten dann meldet euch bei uns unbedingt so bald wie möglich wir brauchen hilfe let's go